Hallo, hier ein Vergleich der Zenko-Pentatonisch C 440 Hertz, das ist die hier mit der Zenko-Pentatonisch C 432, hier also 440 Hertz, hier 432. Deutlicher wird es bei den anderen, ich spiele jetzt mal mehrere hintereinander an. Und ich fange mit der Melodie hier bei der 432 Hertz an. Und spiele die 440 Hertz jetzt im Vergleich dazu. Musik 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 Amen. Unter der Zenku findest du noch eine Bohrung mit einem Gewinde, sodass du die auch auf Stative aufschrauben kannst, um sie schön frei zu spielen. Das sind beides wunderbare Instrumente. Ich denke, es ist eine Frage, fast schon eine philosophische Frage, sollen es jetzt die 440 Hertz, die 432 Hertz sein. Möglich ist beides. Ich kann auch jegliche andere Stimmung für dich besorgen. Bitte bestell über traumkraft.de. Alle Zenkus, die Zenku herstellt, kann ich dir liefern.